Ich weiß nicht, wie weit hoch geht's denn noch? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, wir hätten die Video-Sequenz abwarten müssen, okay. Wir müssen uns weiter in Richtung Wächter bewegen. Ich hoffe, dieses Ding gibt nicht plötzlich unter uns da. Der Pelican ist direkt da draußen. Macht schon Leute! Was ist hier lang, okay? Äh, bin ich tot? Ja, ich bin tot! Ich war ein bisschen, ein bisschen verwirrt jetzt. So. Der Pelican ist direkt da draußen. Macht schon Leute! Okay, diesmal haben wir's geschafft, okay. Okay! Okay! Bin ich drin? Nein! Irgendwo erwähne ich, dass wir da hinkommen. Jetzt wird's aber langsam eng! Einer ist drin, zwei sind drin. Drei sind drin. Drei sind drin! Ich bin dabei! Tja, wir sind drin. Tja, wir sind drin. Tja, wir sind drin. Natürlich, im richtigen Moment. Na klar. Boah, wie geil das aussieht, Alter. Oh, einfach mal in Slipspace geflogen und dann... BOOM! Bei Halo 2 hat es eine Mega-Explosion gegeben, hat die ganze Stadt zerstört. Warum hier nicht? Fragen über Fragen. Flucht! UNSC Infinity. Nach Meridian gab es noch fünf weitere Vorfälle. Also elf Kolonien. Ich muss einen Weg finden, das zu beenden. Der Werte hat Dr. Horses Theorie bestätigt. Cortana aktiviert die Wächter. Aber nicht diesen. Noch nichts. Sonnayon, eine Kultstätte auf St. Helios. Vor Allianz-Zeiten. Ein Wächter auf der Heimatwelt der Eliten? Wenn wir ein Team absetzen, haben wir Zugriff auf den Wächtern. St. Helios ist tabu. Die da oben wollen mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Aber nur, weil sie meine tolle Idee noch nicht haben. Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Eliten ins Spiel. Das ist ein verschlüsseltes Muster. Paarige Quantenphasensets. Hyperraum-Koordinaten einer Blutsväter-Karte. Wenn Logs Team dem Wächter die auf Meridian erhaltenen Koordinaten einspeist, bringt er sie dahin, wo auch der Master Chief ist. Tom, wir können das beenden. Aber dafür müssen wir nach St. Helios. Und mit dem Gebieter sprechen? Oh, ja, 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 bitte, 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 bitte Planeten an. Hä? Da ist noch einer. Was hat Cortana vor, Chief? Warum hat sie uns hergebracht? Gehen wir weiter. Okay. Oh, wir dürfen wieder Master Chief spielen. Das ist doch sehr schön. Wo sind wir? Kein Funkverkehr auf allen Frequenzen. Überhaupt keine Langstreckenverbindungen. Dann sind wir mitten im Nirgendwo. Wir sind nicht ohne Grund hierher gebracht worden. Seht euch auf. Ach, ich dachte wir wären jetzt auf dem Planeten St. Helios. Da hinten ist auch noch einer. Es sieht schon mega cool aus. Da oben schwebt einer. Die sehen mega cool aus, aber warum kann ich es nicht töten? Also treffen tue ich dann wahrscheinlich nicht. Schade. Ah, okay. Ähm, machen wir jetzt einfach weiter. Wir haben jetzt fast die ganze Piste um die Zimper ballert. Können wir hier runter? Nope. Können wir nicht. Wir sollten los. Durch rumstehen finden wir keine Antworten. Die Konsole ging an, als ich näher kam. Ich hoffe solche Geräusche zu machen. Was war das? Es kam von der Konsole. Wie lange benutzen wir dieses Signal schon nicht mehr? Greif auf die Konsole zu, wenn es Cortana ist. Was zum Fick war das denn jetzt? Okay, ich greife einfach noch auf die Konsole zu. Wie ich auch sofort weiß, was ich machen muss. Wichtig war es nicht? Cortana. Cortana, hörst du mich? Keine Antwort. Was zum Fick... Hey, was soll ich mir ansehen? Was ist das für ein Ort? Ein Blutsväterplanet. Aber sonst? Wer weiß? Wie auch immer. Cortana hat uns hergebracht. Sie ist irgendwo da draußen. Tief damals auf Meridian. Da waren Zivilisten. Alles wurde verwüstet. Ich weiß. Vielleicht wusste sie nicht, was passieren würde. Und wenn sie es wusste? Sie erfahren, was los ist, wenn wir sie haben. Gut, so kann nicht mehr erfahren, was los ist, wenn wir sie haben. Okay. Graphic Fehler! Over 9000! Was ist das denn hier zum allerhöchsten Fick? Okay. Schöne Blume! So stelle ich mir eine scheiß Fantasiewelt vor. Ich muss ja mal erzählen, dass ich diesen World of Warcraft Trailer gesehen habe, zum Kinofilm. Oh ja. Ähm. Solche biologischen Messwerte habe ich noch nie gesehen. Alles hat so eine Fürmlichkeit und Präzision. Es wirkt künstlich und auch natürlich. Dr. Hall, sie hätte bereits begonnen, Proben zu nehmen. Und könnte uns vermutlich die exakten Koordinaten dieses Planeten verraten. Ähm. Ich fand den jetzt den Trailer nicht so geil, weil er hat mir einfach wirklich gar nichts verraten. Ähm. Was war das? Okay. Okay. Achso, jetzt hätten wir den Vögelchen aus. Nee. Kommen noch welche hier lang geflogen? Schade. Hätte ich mir gerne mal geguckt. Und ähm. Ja, er hat mir einfach wirklich nichts verraten. Es ist einfach nur... Ein Film, den ich schon 50 Mal gesehen habe im Endeffekt. Oh, wie cool seid ihr denn aus, Alter? Und ähm. Ja, Menschen gegen Orkse und zwei... Zwei Lebewesen. Von jeder Seite versuchen den Krieg dann zu verhindern und... Ach, ich weiß nicht. Weicht er meinen Kugeln aus? Der weicht meinen Kugeln aus? Wie cool ist das denn? Naja. Ich muss ihn jetzt nicht unbedingt sehen. Also es hat mich jetzt nicht dazu gereizt, den Film unbedingt gucken zu wollen. Möglich. Klingt wie eine Elite. Verdammt, was macht die Allianz hier? Bereit, Team Blau? Entschuldigung. Der darf zu schwindeln und bewegt euch. Woher wissen wir, ob es jetzt Feine sind oder nicht? Das war leicht, schnell und schmerzlos. Das war leicht. Anscheinend sind sie abgestürzt. So, macht es mir jedenfalls den Anschein. Das ist nur ein blauer Elite. Nichts wirklich gefährliches. Okay. Wollen wir mal weitergehen jetzt. Was ballert denn da? Okay, ein bisschen Deckung. Wir haben da hinten noch einen Sniper-Typen. Dann nimmst du den Charakter-Beschutz und ich renne einfach mal. Was haben wir denn hier? Man muss halt auch mal ab und zu mal jeden Winkel hier halt durchforsten. Weil immer wieder irgendwo was versteckt sein kann. Bei Halo weiß man es einfach nicht. Dieser Raum hier zum Beispiel. Aha! Okay. Kleiner Geheimweg. Das ist schön. Das ist schön. So, jetzt musst du doppelt so hart kämpfen, Angoy. Die sind auch abgestürzt. Die sind alle abgestürzt im Endeffekt. So, die Sniper hat nicht mehr viel Munition. Die lassen wir also wieder hier. Das hier schnell auszumerzen war es gut genug. Also gut. Sind das wirklich Feinde oder überraschen wir sie jetzt einfach nur gerade? Wir haben ihn schon gesehen, Alter. Tod. Sie ist nicht nur verwundet, er ist tot. Die Granate war aber auch wieder perfekt, Alter. Alter, woher? Punkt geschickt geschickt das das ist ein Knochen herauskommt Scheißkerl Der hat den Kauert. Das wusste ich nicht, dass er gar nicht lossprintet. Ich dachte, das wäre ein Fehler. Das sind die Granaten. Ich ergebe mich. Ich bin ganz arzt. Und dann rennt er los. Das hat er zu verlieren aus seinem Leben. Ach, was soll das denn jetzt? Mitnehmen. Okay, wir wurden entdeckt. Ich weiß, danke. Fuck, der hat nieder. Okay, da ist mein Flugzeug, was noch nicht abgestürzt ist. Hier ist eine Blutsfettanlage. Die Allianzler denken wohl, sie gehört hin. Er sprecht ihre Reihen.